Christoph Gtaum, das letzte Spiel 2011. Klub 1 gegen Sotovari mit 1-0. Das Team hat getan, was sie tun müssen. Wir haben diesen schwierigen Wettstreit reingebracht. Klar, diese jungen Spieler müssen auch mit Fehler machen können. Das gestehen wir ihnen auch zu. Aber sie haben das alles sehr gut gemeinsam gelöst. Das 1-0 drückt nicht aus, wie überlegen wir waren, wie viele Torchancen wir hatten. Es gibt keine Garantie dafür, dass auch immer wieder Tore erzielt werden. Aber die Einstellung der Mannschaft war heute sehr, sehr gut. Riesenkompliment. Und auch ein Riesenkompliment an unsere Fans, die uns fantastisch unterstützt haben. Vor allen Dingen in Phasen, als auch junge Spieler die Unterstützung brauchten. Es ist ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Ein Dankeschön für unsere fantastischen Fans, denen ich nur alles Erdenkliche, Gute, Liebe, Schöne, ein bisschen Ruhe und Frieden für das neue Jahr wünsche. Heute haben Sie mit einem neuen System gespielt, mit zwei Attackern in der Front. Sind Sie froh, wie das Team es heute gemacht hat? Wenn man sieht, wie Björn Flemmings heute gearbeitet hat, muss ich sagen, er war heute der Erste, der in jeden Zweikampf reingegangen ist, der immer nachgesetzt hat, der die Mannschaft immer mitgerissen hat. Das war eine sehr, sehr gute Leistung von Björn. Und auch Joseph hatte drei, vier hervorragende Situationen, um zu scoren. Insofern hat er seine Aufstellung eigentlich auch gerechtfertigt. Es gibt keine Garantie, dass er auch die Tore erzielt. Man kann, oder ich kann als Trainer sagen, diese Aufstellung, die wir in dieser Woche erarbeitet haben, ist mit einem Sieg belohnt worden und hätte eigentlich noch viel höher ausfallen können. Wenn Sie zurückkehren, die ersten acht Matchen, glaube ich, dass Ihr Trainer der Klub Rutsch, Sie sehen, dass Sie eine Entwicklung sehen, wie das Team getan hat, was Sie gefragt haben? Ja, ganz deutlich ist natürlich, bis auf das Spiel in Löwen, was mir noch ein bisschen im Magen liegt, weil wir das verloren haben, das musste überhaupt nicht sein. Da haben wir uns fast selbst geschlagen, ohne die Leistung des Gegners zu schmälern. Wir haben jetzt in den Spielen mit einer hohen taktischen Disziplin gespielt, haben viele zu Null Spiele gehabt, haben viele Torchancen gehabt. Insofern können wir sagen, die Basis der disziplinierten Abwehrarbeit ist schon in vielen Situationen sehr gut vorhanden. Jetzt müssen wir dann nur noch eben die Offensiv-Torchancen, die wir uns erarbeiten, auch genutzt werden. Aber es wird immer wieder Spiele geben, da werden die Torchancen eben liegen gelassen. Aber wichtig ist, dass wir weiter dieses Offensivspiel nach vorne verbessern und daran werden wir auch arbeiten. Jetzt ist die Transferperiode. Das Team braucht zwei oder drei Spieler, um stärker zu sein? Man hat auch heute wieder gesehen, dass wir eigentlich kaum mehr Alternativen haben. Wenn der eine oder andere Spieler mal ausfällt oder Spieler gesperrt sind, haben wir kaum mehr Alternativen. Das heißt also, jeder Spieler braucht etwas mehr Druck, etwas mehr Wettbewerb. Und ich als Trainer brauche etwas mehr Alternativen, wenn Spiele ausfallen, aufgrund von Verletzungen, Erkrankungen oder Spielsperren. Insofern habe ich das auch mit dem Management, mit dem Vorstand besprochen, dass wir einige wirkliche Verstärkungen für das neue Jahr brauchen. Last question, what can we wish for you and the club in 2012? Erstmal, dass wir erfolgreich weiterspielen, dass wir einen guten Einstieg haben. Die ganze Konzentration gilt jetzt im Spiel gegen Anderlecht. Das ist für uns das wichtigste Spiel. Dass wir eine sehr gute Ausgangsposition uns dann für die Playoffs erarbeiten. Dort auch dann eben 100 Prozent da sind. Jeder, alle auch dabei haben, keine Ausfälle haben. Wir wollen, dass wir in der Europa League zumindest noch eine Runde weiterspielen und dass wir am Ende der Saison sagen können, wir haben alles gegeben, was im Rahmen unserer Möglichkeiten drin war. Und dann wird auch jeder, jeder Fan, jeder Verantwortliche im Club mit der entsprechenden Platzierung einverstanden sein. Wir brauchen jetzt nicht irgendwelche Ziele in den Himmel wachsen zu lassen, sondern wir sind realistisch, dass wir noch sehr, sehr viel zu arbeiten, sehr, sehr viel zu entwickeln haben. Es sind viele Umstellungen, Neuerungen hier gemacht worden. Die brauchen ihre Zeit. Das ist ein Prozess. Und wir sind aber auf einem sehr, sehr guten und erfolgreichen Weg. Da kann ich mich nur bei allen meinen Mitarbeitern vom Trainerteam bedanken, bei der medizinischen Abteilung, beim Management und natürlich auch bei allen, die im Vorstand die Voraussetzungen schaffen, allen voran unser Präsident Bart Verhage, dass wir diese Rahmenbedingungen hier geboten bekommen. Vielen Dank und allen einen guten Rutsch und alles Gute fürs neue Jahr.